Hallo liebe Zuschauer bzw. Zuhörer. Mein Name ist Ziyu Yang. Ich komme aus Taiwan und studiere momentan an der Universität Mozarteum Salzburg bei Professor Claudius Tansky. Ich freue mich sehr, bei diesem Projekt von Henle Verlag dabei zu sein. Ich spiele heute die Klaviersonate Op. 28 von Ludwig van Beethoven.